Hey Schoschleute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Ich bin Jusjus in 05 und wir haben Killer Quinn mal ein bisschen up to date gebracht. Level 7, habe ich mir gedacht, sollte genügen. Mit dir rede ich nicht, du bist böse. Das ist mir zu ungeheuer, mit dem will ich nicht reden. Wir begeben uns also weiterhin auf unsere Reise. Und für unsere Reise, der Reiserigkeiten, hier sollten wir vielleicht auch was Schönes finden, seien wir mal ganz ehrlich. Ich meine zumindest, Moment mal, das ist sowieso eine Sache, was ich mal machen sollte, bevor nämlich irgendwas schief geht. So, mal gucken, was kriegen wir denn hier Feines. Ja, Ratzfratz, ich werde dich nicht belügen. Ich will dich nicht. Ich will nichts von dir, was du irgendwo repräsentierst. Du kannst also, geschweige dir, deinen kleinen Rattenpo nehmen und dich verziehen. Oh ja, und wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, ne, die dritte Gen hat da auch nur geile Starter. Fucking Mudkip. Fucking Hydropi. Hydropi is fucking adorable. Reptain. Also hier, Givaldro ist awesome und Logok ist eigentlich mein absolutes Lieblings-Pokémon. So, the fuck. Was, wir haben neun gute Starter in den ersten drei Generationen. Und wir erwischen Gubbel. Versteht ihr mal einen Punkt, den ich hier klar machen will? War hier nicht irgendwo was Nices in diesem Busch? Außer Ratzfratz. Ich meine mal jetzt ehrlich, Ratzfratz. Was ist dein Problem? Hör auf, mich zu nerven. Muss ich so viele Ratzfratz killen, bis irgendwann hier steht, but nobody came? Killer Crane, guck mal. Macht Arbeit. Macht hier Arbeit. God damn it. Ach du Scheiße, in Horn, Liu. Ach du Scheiße. Mit dem kleinen Unterschied, dass Bibor, glaube ich, zu nichts zu gebrauchen war, richtig? Ich weiß gar nicht. Hätte Bibor irgendwas, wofür es hier Nutze war in diesem Spiel? Ich meine, ich bin verleitet, ne? Horn, Liu, es ist Bibor. Bibor ist an sich, ne? Aber war, war, war Bibor nicht horrendous shit? Ich meine, was kann es hier? Ich meine, you know, meh? Ich habe null Ahnung von Pokémon. Deswegen weiß ich nicht, warum ich hier sitze. Ach komm, hau ab. Horn, Liu, wie dich gibt es im Wald danach hier noch wie Sand am Meer. Kratzer. Okay. Okay, gut. Also, ich verstehe, wenn mir jemand nur noch Ratzfratz entgegenwirft. Ich verstehe. Ich verstehe, dass ich da nicht erwünscht bin, okay? I understand. Ich gehe weiter, okay? Ich gehe ja schon. Und tschüss. Äh, warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Konnte ich nicht irgendwo... Ne, Kratzer und Tackle sind basically gleich schlecht, soweit ich mich erinnere. Wie gesagt, äh, punch me in den Kommentaren von mir aus. Meine Freunde und ich haben nicht schon erwartet. Und der Pokémon war, ich kämpfen. Du hast Freunde? Okay. Ach so, jetzt haben wir... Äh, ich bin ganz ehrlich. Das Einzige, was hier rumlümmelt, was halbwegs swell wäre, wäre ein fucking Pikachu. Aber Pikachu ist so... Oh mein Gott, das ist ja ein Kokuna. Hi. Weißt du, zu einem Kokuna sage ich sogar tatsächlich mal nicht nein. Härtner. Dich zu trainieren wird allerdings ein Halb-Traum. Härtner. Oh, scha... Das kann dauern. Oh Gott, das ist hart. Es ist hart. Ja, es ist absolut hart. Es ist steinhart. Mittlerweile. Okay. Pokéball. Be mine. Sieht echt ein bisschen aus wie ein Zombie. Ich bin verleitet, es Nicolas Cage zu nennen. Aber das wäre ein Meme. Und ich weiß, wie Leute auf Memes manchmal reagieren. Bei der Gefahr mit dem Härtner und seinem Panzer. Wie ne... Oh Gott. Der ist right da oben. Irks. Also wir stehen hier vor einem potenziellen B-Boar. Was ist so eine typische Biene? Wie hieß die Biene aus B-Movie? Ich hab keine Ahnung. Hartner. Hörtner. Höfner. Hörger. Hörger gefällt mir. B-Bug-Bumble. B-Bug-Bumble. Ja, der ist richtig. Oh. B-Bumble. Wobei... Ach komm. Dem Rüdi zuliebe. B-Bug. Warte mal, kann ich ein... Das passt, oder? B-Bum-Bble. B-Bug-Bumble. Nice. We got them B-Swig-E-D-Wog-Bug-E-D-Bug-Bumble. Hi. Komm. Für... Für unseren Rüdi. Jetzt nur die Frage, was macht er aus B-Bumble? Ich mein... Pfff... Eeeh. You cannot poison me. I am the poison. You cunt. I am the death. You shithead. Hi. Was da? Mir ist die Poké-Belle ausgegangen. Wir fangen hier nur bloß Pokémon. Soll ich mal genügend Poké-Belle bei dir haben? Spaghetti, Spaghetti. Never forget-i. Ey, auch Pokémon. Lula und Kämpfen. Bell, 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 bell. Monkey, fall. Sammler, morben. Oh, shit. Devil Business. You want some business, mate? I give you some business. Du hast nur Giftstache. Ich weiß nicht, was du mir damit antun willst. Ich mein... I'm immune to that shit. Es hat mich angefahren. Stinkt. Es hat mich angefahren. Ich bin trotzdem jetzt wieder... Ich bin trotzdem irgendwann dran. Puff. You can't poison me. You boon. Killer Queen. Ist, äh... Wow. Ich hab das mit 1 HP leben lassen. Ja, ich wechsle mal direkt wieder zu Gobbel-Glob. Gobbel-Glob hält das aus. Gobbel-Glob, ne? Das ist ein Raupi, Gobbel. Ich bitte dich, ne? Ich bitte dich, Gobbel. Aber nur mal... Gobbel, ich weiß, was du... Dass du zu nicht viel fähig bist. Deswegen hier. Schieß mal deinen Samen überall hin. Ich muss ja wirklich davon ausgehen, dass du nicht viel... Ne? Mein lieber Gobbel. Außerdem dauert mir das sonst so lange. Äh, äh? Zack. Zack. Ich hätte dieser Samen einfach nur Zack nennen sollen. Das hätte auf so vielen Ebenen gepasst, eigentlich. Zack. Kabbe. Und Bugbumble, der kriegt ein bisschen Erfahrung. Oh, Raupi hat es nicht geschafft. Oh, shit. Alter. You need to train your Raupi more. Ja, aber komm. Gobbel-Glob. Oder warte, warte, warte. Ne, komm. Wir packen mal hier dich nach vorne. Also, ne? Noch so einer. Ein Käfersammler. Oh, nein, nicht... Oh, das Ding ist Level 7. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Los, Bugbumble, komm zurück. Das war ein Volltrick. Das war ein Crit. Okay, dann. Hier, hab mein Samen. Ege Samen Toxic Combo Glitch? Ne, der ist es mir neu. Das höre ich zum ersten Mal. Klingt aber nach Spaß. Dieses Geräusch, wenn eine Attacke einfach mal ineffektiv ist, ne? Dieses Ray. Das ist ein geiler Sound. Oh, nein. Nicht der Volltreffer. Das bringt mich nicht meine Sook-Power zu aktivieren, du Vieh. Los, Gobble. Saug ihn aus. Saug ihn leer. Äh, ja, komm. Ich möchte Bugbumble trotzdem ein bisschen trainieren. Ich möchte wenigstens irgendwann einen Bibor haben. Keine Ahnung, wann das passiert, aber es wird passieren. I believe in it. Oh, nein. Please, don't. Please, don't do that. Fäh? Schmarotzer-Attacke. So ein Schmarotzer. Okay, this will take a while. This will take a while. Oh, mein Gott. Das... Och, ja. Oh, boy. Oh, boy. Herdner war damals echt broken. Zu solchen Zeiten... Oh, ein Volltreffer. Oh, Gobble, du hast mal was erledigt. Das kann noch dauern. Nichts geschieht. Es ist schon hart. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Nichts geschieht. Es ist zu hart. Wisst ihr, was passiert, wenn du zu hart bist? Es funktioniert nicht mehr. Irgendwann funktioniert es nicht mehr. Come up. Nur so. Geh weg. Und Gobble ist Level 10. Immerhin. Ja, ich lass den mal drin. Ich lass Gobble grad mal drin. Ich hab grad keine Lust hier mit dem ganzen Herze. Ich weiß nur, ich brauch Rankenheap. Für unseren guten ersten Arena-Bob. So, yeah. Äpf, äpf, ja. Aber kommen wir jetzt zusammen und dann wird sterben in der verlaufenden Runde. Äh, klingt absolut brutal, aber ich mag's irgendwie. Oh, ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. Oh, ich fall mal um hier. Gib mir dein Geld. Oh boy, oh boy. Diese Musik ist irgendwo ziemlich sicher. Gegengift. Also, als ob Gifte gerade mein Problem wären. Seht zu, wie es in ein paar Folgen zurückkommt, um mich zu beißen. Nur mal so nebenbei. Das passiert meistens. Jedes Mal, wenn ich sage, aha, mich kann niemand vergiften. Look at my team. Wow. Ich komm hier grad überall durch. Es ist, äh. Ja, durchaus. Jeder Speedrunner ist gerade neidisch auf mich. Alter, jeder Speedrunner ist absolut neidisch. 100 pro. 100, äh, mega neidisch. Boop, 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 boop. Ach, geht doch. Du schon wieder. Wenn Bugbumble nur irgendwas hätte, um sich zu wehren, ne? Jetzt no shit. Also, äh. Jeder Speedrunner wäre jetzt für das, was gerade da passiert ist. So neidisch. Oh, man. Ja, aber es ist Gobbel. Seien wir ehrlich. Es ist Gobbel. Es ist ein bisschen Sam. Oh, scheiße. Das ist ein Level neu. Ho, ho, ho. Killer Queen. Do it. Mann, was willst du machen? Nicht pieksen? Was willst du? Es gab! Äh, wunderbar. I got jest. Appell. Hat Pikachu nicht die absolut miserabelste Erscheinungsrate hier? Nur mal so, nebenbei. Komm, ich möchte diese Folge wenigstens noch aus diesem Wald raus. Puff. Ba, 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 ba. Deswegen habe ich ehrlich gesagt, null Nerven. Äpf, kaff. Hör doch mal auf damit. Das ist ekelhaft. Schieb dir ein Zeug sonst wo hin. Killer Queen. Bin stolz auf dich. Du bist so gut, ich kipp auf. Ach, du hast ein Level 9 Horn-Lew. Bist du wie jeder Speedrunner, der die Scheiß aus seinem Nidoran rausgrindet, nur um denn alles zu slaughtern? Erstmal heilen, bitte. Bug Bumble geht's nicht gut. Ich dachte, was Gubbleglob, aber es ist ein, äh, es ist ein fucking Bulbasaur. Oh, er ist ein Dino. Wisst ihr, Bulbasaur. Da ist das Wort Sauria mit drin. Und was macht dieses Pokémon da raus? It's a fucking Waste. A Waste of my space. The Hates of Spades. Gut. Aber, ich werde jetzt hier wahrscheinlich erst nochmal so alle ein bisschen up to date bringen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. 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 soiste Kortenbo GS. 之 displaying verified Vierre Sip oder ды Wa units